Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, wie wir eine weitere Mission übelst fehlen. Wo ist denn der Zirkus überhaupt? Ist er auf der anderen Seite der Map oder nicht, ne? Ja, so ungefähr. Komm Pferdchen. Ach ja. Zwei Rennen und dann wird's so gescheitert. Hoffentlich sind wir durch den Diebes Mission. Ich hab mehr von denen erwartet. Von den Aufträgen. Aber gleich bei den ersten Missionen, da war immer so was Schönes dabei. Ähm, waren immer hier diese Möchtegern-Diebe waren da immer dabei. Wartet mal. Was sind das denn hier für Typis? Ach so, keine Diebe. Okay. Schade. Hallo. Die Hocken hier alle rum. Ja, das finde ich sowieso blöd, dass die Diebe nur an bestimmten Stellen kommt. Der große Negro wurde von den Türken erobert. Hör! Hör! Das bin ich. Ruhig. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. drehen die sich einfach um das gibt es doch nicht alter wie schnell sind die das ist noch nicht vorbei ja das ist es nicht vor allem die laufen den weg und nicht auf so ein bisschen die abkürzung und ich glaube ich bin minimal schneller als sie aber ich bin nicht mehr geschwindigkeit und sie und schon mal scheiße das ist noch nicht vorbei jetzt habe ich den falschen gekillt das tut sie nie das ist aber auch blöd ich hatte in einem fixiert aber dann hat er doch die wache umgemacht das ist nicht am leben liebe ich liebe die davon auch noch so viele hoffen festzuhalten junge hör auf ihn festzuhalten ich werde mir sicher nicht aus dem gebiet fliehen ich will hier alle umbringen weißt du was das kommt immer wieder neue diebe haben sie auch ein bisschen reich script aber ich weiß nicht ob sie dann ich gehe mal ein bisschen weiter aus dem gebiet raus so und jetzt kill ich die so geben die ja die geben gegenstände perfekt wolle super dann kann ich mir jetzt die ganzen sachen holen das hat dem kardinalspule brauchen wir aber nicht mehr der hat mehr kunde brauchen wir auch nicht brauchen wir auch nicht habe ich nicht gerade eine wache aber brauchen wir auch nicht brauchen wir auch nicht brauchen wir auch nicht brauchen wir auch nicht super brauchen wir auch nicht aber kommt schon brauchen wir auch nicht seit niemand von denen das oder was aber auch nicht brauchen wir auch nicht doch scheiße werden verpiss dich ich habe hier noch nicht alle beklaut oder nein ich hab doch hier noch nicht alle geklaut ich habe ich noch nicht beklaut elfenbein elfenbein ich habe ich schon beklaut verpiss dich der hobby auch schon geklaut opa la ich brauche auf jeden fall bis zur nächsten aufnahmen neue batterien jetzt jetzt bestelle ich die wache ich habe ich auch ich habe ich auch ich habe ich auch die weg ja ich habe ich auch das ist doch scheiße ich einer von denen hatte die sache dabei die ich brauchte ich habe ich auch ja ich hätte ich hätte länger bleiben sollen und mehr umbringen müssen ich hätte ich hätte einfach alles kalt ausnutzen müssen links von mir ist ein aber ich muss sagen ich habe sie nicht gefällt ist sogar richtig gut gelungen finde ich da jetzt muss ich auch mal gucken weil ich habe die uhr vergessen wieder zu stellen weil wie viel zeit wir sind bei neun minuten okay so und wie sette ich mal so muss ich mir nur merken da ich dann so bei ungefähr fünf oder sechs minuten dann kann setzen muss also habe ich noch ein bisschen zeit die mission zumindest anzufangen rennen wird das diesmal nicht sein weil pro ding ist immer ein rennen dabei und das hatten wir ja schon zum glück was ich soll ich soll dem gewissen meines vertrauens vertrauen werde ich aber nicht die nächste assassinen mission mission na beförderung würde das zum assassinen beförderung mache ich erst wenn dann alle dann die jeweilige stufe erreicht haben so was willst du denn von mir einer der anführer der chenthorki ist in unsere eigene gilde vorgedrungen er ist ein notorischer lütener für den tod vieler unserer männer verantwortlich kommt, ich führe euch zu ihm ok oh nein oh nein die verretter die befinden und erlaminieren den verretter mit der versteckten klinge erlaminieren wie je bei jeder auftrage folge dem pädophilen dieb der kleider darüber nicht so landen ich wollte jetzt nichts sagen der wäre da eben bei der runtergefallen so ein noob dass gerade das von mir kommen muss ne schon ein bisschen erbärmlich vor allem weil ich jetzt und so auch kaum jetzt ein profi der hätte hier zack zack gemacht aber ich spring einfach mal nach unten was hatte ich gesagt wieso habe ich denn gerade ausgelacht ich weiß es gar nicht mehr vielleicht kommt warnung zum ziel entfernt mission fehlgeschlagen oh doch nicht aber mission ist gleich fehlgeschlagen wenn das so weiter geht ich kürze einfach mal ein bisschen ab oh man so macht das ein profi junge der klettert da so stück für stück runter war doch sowas von klar ja den typen will ich hier als erstes auf du 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 Was? Was? Hä? Dei? Dei? Hallo, auskommen. Lass uns sehen. Das Lied vom Tod singen. So. Hast du Gegenstände für mich? Natürlich nicht. War ja klar. Die Biss-Mission beendet. Okay. Haben wir zumindest etwas geschafft. Jetzt sind wir bei 4 Minuten. Das ist ja wunderbar. Und dann werde ich auscreen. Dann werde ich dann hier oben bei einer der Missionen, denke ich mal, rumgammeln. Ich werde dann wahrscheinlich hier nochmal kurz reingucken. Offscreen natürlich, ob da noch was Schönes ist. Ansonsten kann ich jetzt ruhig die Folge beenden. Ihr werdet ja sowieso nichts mehr sehen, bis ich dann bei dem Attentat bin. Und wenn das die letzten beiden sind, dann steht nichts mehr zwischen den Missionen und uns im Wege. Yay! Weil dann haben wir wirklich alles. Dann haben wir alles. Ich wüsste dann zumindest nichts mehr, was... Ach! Da fällt mir ein. Wir wollten ja noch die Sachen machen. Dann werde ich erst bei den Brezel dann auftauchen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!